hallo herzlich willkommen frohe weihnachten an euch ich habe ein paar star gäste danke für sein schön das war's das war's ja herzlich willkommen wir haben gedacht wir machen ein weihnachts special ich tue es jetzt trotzdem auf diesem screen weil irgendwie schaue ich ja auch darüber ja ich habe gäste eingeladen die ich dazu gezwungen habe videos zu machen und wir werden einfach ein kleines weihnachts special machen für euch und ja wir haben uns noch so nahe wir uns gedacht wir machen mal etwas anderes das heißt wir werden ein paar spiele spielen aber nicht digital sondern ganz old school aber dazu kommen wir später wollt ihr was sagen gibt's was ja frohe weihnachten leider nicht so weit zu weihnachten aber weihnachten aber weihnachten ich hoffe dass es besser ausschaut in anderen teilen aber ich muss lauter legen man hat mir nicht er hat das gehört vor weihnachten also den flow könnt ihr die kennen aus den fifa videos mit mich wie im rocket league spielt auf dem kanal also schon lange her genau auf jeden fall was macht man zu weihnachten man trifft sich mit leuten die gern die man gerne hat und damit wir euch auch ein bisschen in weihnachtsstimmung bringen haben wir weihnachtswitze rausgesucht ich weiß nicht wer von euch zuerst anfangen möchte kleine vorrang sie sind wirklich schlecht sie sind ultra schlecht also es ist nicht so ein witz wo man ein bisschen drüber lachen kann es dann das mehr sein wir schauen oder soll man vorher was trinken wäre das sinnvoll ob das wenn man das auch probieren wir werden vorher was trinken das ist ein selbstgemachter nicht mannillelikör und jetzt seht ihr gleich acht und kamera schwenkt diese special effekt sfx baby sofort die flasche ist relativ leer also wir müssen noch so sein handy dahin linken entschuldigung stecks 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 weg wir haben auf den auf den jokes auf den händis die jokes auf den jokes denn deswegen brauchen wir unsere hände ist dann jetzt gleich und jetzt wird spannend schaut euch das an selbstgemacht also ich weiß nicht ob ihr euch vorstellen könnt wie ich in der kirche stehen und so was machen wir ja manchmal so man kann immer noch machen ja du musst noch nicht viel gefühlt das was ich habe also unfassbar es sieht irgendwie sehr dickflüssig aus das ist die körperin ja ich trinke noch mal kennengelernt hat wenn was sagt man das vorher da hätte ich mir die mit diesen nein ist es okay weihnachten tut man schon mal so ein faux pas vielleicht hilft ein bisschen alkohol damit die witze dann besser sind also prost an euch kann man gleich wieder umschalten prost an euch man das muss man auch genießen und ich glaube ich glaube ich habe eine helfe für die witze war ja der ist aber man kann ich ja weg so klar ist doch wahrscheinlich schmeckt es ist einfach es ist einfach so viel zucker drin es ist zuckersahne dann schmeckt auch noch ein zucker das ist ja nein das ist die vanille kippe die vorigen mixer gemessen hat man sind drin wandeln was noch nicht jetzt erst die rettung gerufen wir lassen laufen alles für die quoten für den nächsten dann fertig alles klar so kommt jetzt kommt kommt kommen sie jetzt okay ich habe zwei jokes also fange ich sonst an oder alles klappt noch einmal okay haltet euch fest zu hören ja zu hören was bekommt ein weihnachtsbaum der sich besonders auf weihnachten freut einen ständer das ist so schön okay er lacht nicht du hast ihn schon gelesen vorhin hat er sich weg das ist fußball related ich habe schon einige witzige gefunden aber die kann man nicht haben wir damit machen auf jeden fall mir ist die fußballschufe von jesus christ stolz okay flo du bist du bist kritiker ja er macht diesen abend machen was kriege ich tolles zu weihnachten du bekommst das was der weihnachtsmann dir bringt aber der weihnachtsmann gibt es doch gar nicht ja sieht nicht so gut aus für dich ja und du bist kritisch also wir waren glaube ich jetzt auf drei oder vier witz seiten die einfach echt total und leise immer so fritzchen witze also wer darüber lachen kann respektlich ganz nicht ja ich habe jetzt noch einen da müsste ich wirklich festhalten achtung treffen sich zwei rosinen die eine hat einen schutzhelm auf fragt die andere verwirrt wieso trägst du diesen helm meint die andere ich gehe gleich in den stollen der ist wirklich gut das war für mich noch der beste den ich gefunden habe ja mal keine wusste ja das buch wo weihnachten zwar wo sie besser vor weihnachten kommt wir haben zwei spiele mitgebracht zum einen ist das wizard ich weiß nicht ob ihr das kennt produktion ja absolut wir verlinken solche auch nicht dafür gezahlt ja noch nicht und das habe ich gestern noch gekauft zündstoff das spiel mit den explosiven fragen also da werden wir uns unangenehme fragen stellen wir mal so lange nicht sagen sagen fangen wir mit wiser dann ja dann müssen wir aber auch den zuschauern erklären worum es geht also es geht um ein kartenspieler wo man genau also grundsätzlich die karten sind von von 1 bis 13 in vier verschiedenen farben in vier verschiedenen farben also 13 ist die höchste und jeder von uns spielt immer eine karte und derjenige der hier zum beispiel die höchste karte ausspielt dass wir jetzt in dem fall der floh mit der 13 zum beispiel der bekommt dann diesen stich also diese karten und auch selber wieder ausspielen und bei den meisten karten spielen ist es eben so dass derjenige gewinnt der meisten stiche macht bei dem kartenspiel geht es aber darum dass man seine stiche am besten vorhersagt also es gewinnt der das am besten einschätzen kann wie viele stiche er mit seinen karten macht weil wenn du daneben liegst mit einer feuersage dann kriegst du minus punkte ja und zwar um so viele wie du daneben kriegst also das ist deswegen ist es ganz wichtig hier immer gut einzuschätzen zu schätzen ganz wichtig ist es gibt immer einen geber der links davor fängt dann an einzuschätzen wie viele stiche macht und der fängt dann auch an auszuspielen stehen haare weg genau ein bisschen liegt und was ist sonst noch wichtig es gibt in der ersten runde das ist wichtig dass hier ist der punkt der blog wo man mitschreiben kann man sieht hier gewisse spalten und es fällt auf dass es da je nachdem weniger wird an sich wie viele karten man bekommt hängt von der runde ab du kannst in die kameras erklärt ein punkt der blog bekommt man der blog sieht man das ein bisschen weiter weg und du kennst du kannst du in der beschreibung quasi verlinken dass das eine anleitung ist auf deutsch für wissert und wortzen genau na ja ja auf jeden fall hat man hier machen wenn man es jetzt nicht so gut sieht erste runde zweite runde dritte runde vierte runde und so weiter bis rund 15 ihr bist genau ohne 20 tschuldigung das spannende daran ist in der ersten runde wird nur eine karte gespielt in der zweiten zwei und so weiter das heißt es wird danach dann natürlich immer schwieriger das ganze einzuschätzen also ich hoffe ihr habt das halbwegs gecheckt wir können einfach mal machen wir einfach eine proberunde mit drei karten zum beispiel ja kann wir mal machen also ich gebe jetzt einfach mal aus und genau es ist immer eine farbe trumpf das heißt die trumpfarbe sticht alles andere das ist blau in dem fall also wenn jetzt eine gelbe karte gespielt wird hat man zum beispiel also ich spiele jetzt zum beispiel mal gelb aus und man hat grundsätzlich immer farbzwang das heißt man muss eine gelbe karte legen wenn man jetzt eine gelbe hat wenn man höher ist genau würde jetzt der mich den stich bekommen genau jetzt kommt das los was man vielleicht noch dazu was wir jetzt nicht getan haben man muss natürlich vorher sagen wie viele stiche man machen wird genau wie man denkt also jetzt angenommen blitz hat er macht ein stich ich sage jetzt ich mache zwei stiche und davon kann auch er macht ein stich und danach wird dann gezählt genau jetzt ich habe den schatz der mich diesen stich gemacht dementsprechend darf er ausspielen es kommt eine sonderkarte der zauberer zauberer es gibt zwei sonderkarten den zauberer und den nahen der zauberer sticht alle karten alle anderen karten danach sticht gar keine karte das heißt die kann man einsetzen wenn man dringend einen stich braucht oder wenn man auf keinen fall mehr einen machen möchte auch wichtig beim zauberer wenn mehrere im spiel sind es bekommt immer der den stich der den ersten zauberer gelegt hat genau ja du kennst die regeln nicht so wieso bist du so aber in dem fall jetzt in dem da wir mehrere sind was zwar theoretisch unnötig wäre würde er aber die farbe mit grün angeben sprich wenn der philip jetzt keine kein zauberer oder keinen keinen was was das ist egal weil der zauberer so muss immer steht richtig genauer trotzdem so kannst du ihm immerhin noch eine karte rauslaufen vielleicht er müsste also in dem fall ist jetzt im grünen farbzwang weil die zweite dass die zweite karte ist die ausgespielt wurde ist wichtig ist jetzt egal also macht er mich ist einen zweiten stich und spielt jetzt das heißt ich würde versuchen jetzt nachdem ich meine stiche erreicht habe kein stich mehr zu machen weil ich sonst punkte verlieren würde genau so wie natürlich dass irgendeine höhere rote hat alles klar aus hat mich jetzt verloren genau dafür auch das heißt wir machen das jetzt einfach ich werde euch ich habe für dich entschieden ihr werdet sehen das spiel ist ganz einfach und ja ich werde euch die mitschreiben der schön wenn einer von euch das vielleicht oder ist wurscht ich habe da den tisch glaube ich am besten und ich werde euch schauen ob das ich euch dass ich euch den spielstand dann immer wieder einblenden also also das ist dann sehr viel bearbeitungszeit aber das mache ich gerne das heißt was auch ganz wichtig ist die anzahl der angegebenen stiche von uns darf sich nicht mit der richtigen anzahl der stiche gleichen das heißt wenn wir jetzt nur eine karte haben ist kann kann insgesamt nur ein stich gemacht werden das heißt die stiche die wir jetzt angeben darf dann nicht gleich eins sein ich hoffe das ist jetzt halbwegs muss mehr oder weniger genau das müssen wir alle 0 sein oder es müssen oder es müssen alle zwei einer sagen aber eine 1 sprich wenn ich jetzt zuerst sagen würde 1 da florian sagt 0 dann hat er will keine andere dann habe ich die außer eins zu sagen oder ich sag 1 und der philipp 0 dann muss ja auch da muss ich auch oder der philipp sagt was es ist verwirrend verstehst du nein aber ich muss mich hier damit ich mir zum tisch macht der bolster es geht schon so ich bin gelenkig der floh sitzt da gerade auf unseren terrassenmöbeln hier drin aber gut wir fangen jetzt einfach mal an ich habe gerade gemischt ich gebe jetzt jeder bekommt eine karte und jetzt müssen wir einschätzen ob wir mit dieser ein mit dieser karte einen stich machen oder nicht das heißt der michi sagt zuerst ich sage logischerweise eine karte die wahrscheinlichkeit dass sie nicht dieselbe farbe haben wie ich es sehr hoch deswegen sage ich jetzt mal ein stich dann sage ich null und jetzt habe ich die ausgabe jetzt darf ich nämlich nicht auch null sagen weil dann wäre es insgesamt wird sich ausgehen also muss ich eins sagen und das werde ich ganz sicher nicht machen aber ich muss sagen ja jetzt wenn das nicht kann sich nicht macht und sagen muss ja ich muss kommt jetzt raus nichts gutes wir haben auch außer das kann natürlich schon passieren wenn er die gleiche farbe hat wie ich an das ist ja ja wird nicht passiert also ich bin mal die erste ist eine rote sieben floh hat die rote acht also floh gehörter stich richtig damit hat jetzt gerade jeder verloren genau und zwar ist es so dass man minus zehn punkte bekommt für jeden stich den man daneben liegt also in dem fall jetzt jeder von uns das zählen ist wenn man richtig liegt da kommt von 20 punkte für das richtig ließ nicht nein es ist ja für ihn sticht in den jahr ist ja plus 10 für jeden stich ein plus plus 20 ist es wenn du richtig klickst und dann noch mal plus 10 die glaubwürdigkeit für erklären dass der spiel mit sich mal richtig es ist nämlich dran also ihr seht schon es ist ja relativ kompliziert am anfang aber sobald man ein bisschen zuschaut wird man das glaube ich relativ schnell checken gut schauen wir mal wie es läuft die deko ist in der mischmaschine kaufen müssen so daneben hinstellen aber wir sind alle ja deswegen trinke ich noch gut ich kann man das herz der karten also es ist grün oberen trump der floh darauf zuerst sagen wie viele von den zwei sticher machen wird eine pro sagt einen ich sage null das heißt der michi darf nicht einen stich sein w2 wenn man sagt risket for the biscuit okay okay geht schon los hast du gemacht das spekuliert sehr gut mich jetzt geschafft kriegt 20 plus punkte für das richtig sagen und noch mal 20 das heißt du hast insgesamt wieder plus 30 und sechs oder acht gespielt floh sehen das eben reguliert und damit sie gerade in dem thema wollte mal klatschen um zu treffen ich habe bloß zehn punkte wenigstens wieder das heißt punkte schlagen plus zehn lusten was so dass die nur jetzt also ihr seht schon mal kommt dann relativ schnell rein in das ganze und das ist ein extrem lustiger spiel also wir haben das aber wenn man richtig liegt dass das auch schon erklärt den kippen muss 20 jahre geklärt und für jeden stich den man aufgemacht hat dann zusätzlich zehn jahr genau das heißt gerade gegen ende wenn 15 bis 20 karten im spiel sind da geht schon noch ordentlich viel ja gut dass man hört die mütze ich hab keine und ich glaube nicht mikrofon ist er da ja aber so ist man drunter ich bin jetzt noch mal sagen dass der zweite ich habe wir haben gerade vorhin okay will ich jetzt hier wird es einfach so rein dass ich bei einem nagel aufgefolgt draufsteht er steht okay weiter geht es das sind echt bescheuert oder das hat der vater wird es egal ich halte mal so rein die können da vielleicht mit jahren soll ich ihn nein dann ziehen das ja ich lege mal hatte ich helfen gleich also jetzt muss ich anfangen oder was ist drum naja genau und dann ach ja welche raum grün die 13 das heißt die höchste karte ist nicht im spiel so viele stich machst du denn ein oder zwei sagt 34 wie sieht euer poker face aus gut ich habe nichts zufrieden natürlich hat hässlichkeit was mit guten karten zu tun ich sage ich mache zwei ich mache ein das nicht nur sagen da mache ich eigentlich keins also muss ich ausspielen es ist hier echt bequemmes ja ja wenn ihr zwei nahen habt dann zieht sich schlecht aus nicht im ernst doch das mache ich jetzt scheiße jetzt mache ich zu viel wie viel hast du gesagt zwei jörg und pastorin oder pastorin das ist bitter jetzt möchte jetzt nein flott hast du keinen gesagt ich habe einen gesagt ist jetzt über den schon wieder alle schon fichter alle das ist aber ich habe mehr als ihr vorher sprich also ich bin eins daneben bin wieder auf null flow ist einst daneben minus 30 ja 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 20 ok sah nicht ab in dann später hast du nicht alle gewinnt der flot gemischt doch so als erstes haben das sind diese sitzposition jetzt schwer maximus leider es liegt nicht am polster es liegt daran dass ich magst du platz tauschen zu weit dann leide leise ich leide leise wollte ich nicht was auch so leidest leise ok was soll man noch eine liqueur trinken vielleicht wird es dann besser ein schlick ne danke ein schlick ok vier kann ich so ein liqueur haben das ist so liqueurig ach so dass er ein geheimversteck für den eikon ok trumpf ist blau blau ist trumpf alles klar zwei stiche hallo das kann man schon machen das ist ja lustig zwei stiche zwei vier karten zwei stiche ich sag einem das heißt ich darf nicht einen sein dann sage ich nur mit schon geht das kriegt zwei jahren was ich muss versuchen möglichst schlecht zu spielen schau mal alles klar dann erst beim fm gelingt mir das auch immer wieder also wird es noch gehen tue es ja ist natürlich auch farb zwar ja ja immer farb zwar wie viele spiele nicht mehr mit wie also ich bin glücklich was ich denn los bin ja hast du ja eigentlich war das jetzt blöd also bei mir so klappt das war knapp gemessen also war das nur gesagt hast du ein gesagt einer richter ist nicht next los läuft also ich muss echt schauen dass ich möglichst hohe karten los wird wenn ich ihn sicher nicht machen das ist bitter das heißt er hat eigentlich eigentlich hatte am besten gespielt von uns aber hat am schlechtesten einschätzen können ist am besten gespielt hat er mehr glück kann das auch das heißt minus 20 punkte mich wieder florian wieder ist eine haare sitzen nicht das ist ja nicht tolles weihnachten tolles weihnachten ich habe null ihr habt mir das 20 ja ich habe richtig sagt jetzt schon wieder ich habe jetzt vermutet ich habe schon zweimal 0 gesagt das ist man weiß dass man scheiße spielt ganz cool eigentlich immer wieder zwischendurch umschalten ja da sieht man natürlich die verzweiflung von flogen es ist weihnachten leute das ist zeit der familie der frau war es ja liebe zwei sind brüder was du kriegst jetzt keine karten warum nicht fünf stück fällt mir jetzt nicht los noch erst mal drei die nachfolgenden sendungen verzögern 30 drei stunden später okay ihr könnt nicht abwechselnd kurz unsere karten reinzeigen machen wir das kurz weg geht schon wieder durchgegeben also floh als erstes ich habe die gibt sagt zwei ich sage einen miche darf nicht zwei sagen genau das wollte er natürlich das ist wie es diese regeln normalerweise spielt man es ohne das ist eine variation der sei ich drei 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 acht du kacke pass okay ja floh fange ich hier gleich mal deftig deftig an hier was okay jetzt darf ich keine mehr machen zu machen bin es denn der wie war es eher darf keiner machen die bin es der lehre was ist dein problem das ist darum angeben ja habe ich ja in dem ist nicht angegeben wenn er keine hat was aber machen du hast du es laut wenn ich in der höchsten der gute info für mich ich habe ich auch keine ich glaube ich drei habe ich gesagt ja ich hoffe du machst die ja auch ich auch ja das ist gut das ist gut das muss ich schon mal die hohen karten das ist bei m junge das ist nicht so an wenn ich welche hälfte habe ich ja habe ich dich was ich will dem nicht kommt mich nicht ich gebe es mal gesagt ich wollte nicht die bin ich scheiße nein zwei ideen auch noch warum hast du mit der 1 gestochen damit okay minus 20 sehr schön ich auch das heißt ich bin wieder auf 0 du hast auch minus 20 ich habe mir das sehen das verboten dass jetzt jede runde minus 10 ja und wenn jemand minus 20 macht machen das ist im karton die ich überhaupt nicht nein doch vielleicht nein nein ich gebe ich mich nur gut für dich sind dann die besten karten für mich also ich kann das spiel echt nur empfehlen wirklich gut hinterm rücken vorbei jeder kriegt jetzt sechs oder das ist freut mich jetzt decken wir kurz die kamera dann setzen wir uns die zippelmütze auf und dann geht es nicht da nicht einmal vernünftig fragen muss man umschalten muss ich noch mal kurz nachlesen na heißt glaube ich es gibt keinen trumpf und zauberer ist alles ist rum was aber ist das nicht so dass dann derjenige der erste spielte trump vorgibt das ist beim zauber beim nahe ist es so dass dass es keine trumpfarbe gibt und aber auch bestimmt der der ausgeteilt hat eine trumpfarbe also bestimmt einfach ohne zu liegen genau das heißt es geht kennen uns so aus dem profis in dem schweig ich sag ich mache zwei sechs macht zwei ich habe ja ich habe ja ich habe ja ja und dann plötzlich hier sieben stich ja mach 8 21 was 221 jahren was zu wenig na ja oder bin ich jetzt komplett blöde ich hab zwei exakt ja spiel doch mal das mit auspieten gesagt dass die kurzform von unfug was einzige so jetzt damit habe ich gerechnet jetzt mache ich sicher wieder einer mit dem ich nicht gerechnet habe wer hat er gerade gepupst danke blut das ist so bitterer mit so was nämlich ein stich macht dann will ich mir jetzt zwei machen ja blau muss her hast du blau leider beherrn ich sage es mir ich kann rein ich mache so ich hätte ich habe angst dass ich mit der anderen karte an die zauberer stich macht deswegen mache ich ihn lieber auf nummer sicher und da kommt danach und hoffe dass ihr grün habt ja habe ich nicht die blüten die blüten blau grün ja ja ich habe bloß 30 also hast du nur noch minus 20 ja ich habe bloß 40 läuft musst du wie viel ist dazwischen bin ich habe 40 flow minus 20 miche minus 30 sie ist einmal so arbeitet man sich vor sie gibt ich müssen an der andere sich das mürmeltügel immer wieder zwischen umschalten wir haben keine geschieht ist es ist echt ich kann regisse umschalten ja manchmal bin ich schon 11 witzig ja dann muss man das sogar irgendwie antworten oder fälle war zehnmal woher du überall diese schatz und winkel er hat den von barcelona ist das barcelona bayern münchen ist aus münchen aha er ist australien amsterdam ist genau herrte ist aus australien die maske und esker sturm graz kommt dem nach aus linien wo liegt das flöte frage ich will haben sieben so wieder high rollen zwischen sieben ja ich bin immer voll von der sich immer zu laut dabei zu haben wie viel habt ihr schon das passt nein ja ich habe sie nicht mal umschalten ohne regie geht es einfach nicht regie pokker fest grüße ist gerade ein scheiß karten job acht schaut kurz weg alles sehen ok 3 3 3 ich glaube ich nicht was kann ich mache jetzt drei ich muss selber finden ich mache einen darauf verwende ich ja philipp das ist auch nicht drei sagt man so dass dort zwei drei sehr gut gewesen eins das doch sagen wir können wir das sagen ich sag ich will hast du gesagt 5 2 1 also ja deswegen der becker der drei sagen sie hast du gesagt ich will ein bisschen spannung in diese runde bringen ich sag 4 michi was hast du gesagt 3 4 3 und 1 ok dann geht es um eine nicht aus das passt schon floh seiner ich muss ergeben hier ich habe es geben das ist immer das beste jetzt wenn du als letztes dran bist du noch nicht erst mal die trümpfe raus das ist ja das ist klar okay jetzt weiß ich was ich nicht habe was ich vier ich schlaue ihn euch mal die blauen raus du bist mir ein slurry glaubst du kannst du einfach machen was du willst war ist die farbe der träume meine freunde scheiße wieso brauche ich doch danke mich bitte habe ich auch mein stich die wir noch im zweiten liegt sich mit der länder sich mit den abgrund den sie jetzt runter oder schlicht ich habe jetzt kein bock also jetzt wird ja dann wird wie gesagt hier ich habe drei jetzt alles das mal ein maß mit reich der jahre zu er geht sich schon aus jahr zu hast du es kann so scheiße ja was machst du jetzt wie viele hast du bitte ich habe vier drin fahren der sophie man muss da freuen hat schon wieder recht ich habe minus 20 aber vorher ja auch wenn ich aber auch mit dem das fliegt flo einer und richtiger also plus 30 du bist im bloß wo das erste mal überhaupt in dem spiel ich habe jetzt wieviel kam fünf oder ja das sind also anziehen ja okay ja was soll man sagen ich bin ein profi in dem spiel schaut so aus ich glaube ich brauche noch ein liqueur ich glaube ich brauche ein friseur du brauchst einfach nur hilfe das können auch mal mir trinkst du mal an die worte schieb floh ist ja kein fein oder magst du ja es geht sich jetzt nicht mehr aus ich habe damit gerechnet ist dann ein sagt alles gut so nach hinten weg geschüttert wie klar man denn jetzt acht wir sind drei wir sind nur drei leute also ich brauche keine acht liqueur und vom karten her von karten her ist 8 1 8 von michael nicht so reden aber eigentlich so behindert teils mal aus dass ich das video youtube jetzt eigentlich auf 18 machen wenn man gekürt und ja das ist kein liqueur das ist wenn die liqueur sagt ja dann werden sie in dem fall sagt geworfen die blaue ich bin gar nicht so schnell ich habe jetzt ausgeteilt das sind becky externe was hast du gegen das ich mache dir nie wieder was egal was hat die klappt wie mich gar nicht glaube ich hätte ich will ein schluck konzentrieren mich du kannst du hast es in der schule gelernt man trinkt habe ich nicht war nicht in der schule wieder weil es kräftigste wie ein hund die runde und dann bringe ich wenn dir nicht aufpasst das wird nie passieren ich habe ich gemischt sind sie so schlecht oder übel ist scheiße ja warum sind alle karten ich sag 8 8 ist kommt ich muss beginnen muss 2 4 3 2 gesendlich viel du sagst jetzt 4 2 4 3 2 hier geht es auch noch nicht aus das 9 ok dafür hätte ich dann mal überrechnen werden oder flohen also gleich an zwei gesagt da beginne ich jetzt und zwar pompös jetzt mal wieder der floh fällig meine taktik und der war nicht mit das heißt dass man sagt man sagt sich unter den tisch oder ist das ja wirklich ist das drei gesagt ja gut ich wollte noch mal erinnern hast du fünf was die meine taktik das hat man muss die farbe angeben aber wenn man den hat man kann sehen also das ist ein zauberer nicht dass ich mir das dazu gesagt haben nahen und zauberer kann man immer werfen hier habe ich gesagt okay ich habe ein gedächtnis wenn sie bin ja deswegen bin ich echt froh dass ich das aufschreiben oder sonst was auskommt das kürze wo das kürze ich stechen so das blitz hat der freund und angegeben wurde nicht so sorge ich dass er wird mit wahrscheinlich an haben ob er das nennt sich trumpf näher grob lächerlich machen so ja sonst ist zu viel glaube ich habe mich hätte wieder nicht gestochen dann hätte ich ihm muss er zeigen dass er kann der philipp jetzt habe ich Angst dass ich zu wenig macht plötzlich das ist kein trumpf ich bin schon nervös wir sollten wie bei der pokers dass die nach 200 puls einblenden ich will mich wissen schauen wir nicht so blöd an du willst den zweiten stück das ist der punkt das ist der hatte nur eins gesagt ich gar keinen zweiten stück der hat zwei gesagt ja da hat noch was da hat noch was am köcher braten aber sind zwei dem willig oder ja ich will deine wolltest du nicht doch die wollte nein doch da steht doch da steht ich will ja jetzt kriegst du den auch noch willst du den auch noch den hätte ich gewollt den ganzen den habe ich da jetzt habe ich zu viel zu wenig und ich auch so mache ich den einfachen stelle jeder minus aber muss den zauberer schmeißen ich habe Angst dass ich zu viel gemacht habe das ist wenig ist das messer schmeckt nach feiner alles klar dass jeder daneben oder jeder hat minus 10 der minus zänge floh ist wieder auf null bin auf 20 mich auf minus 60 aber du bist dabei er spielt es macht trotzdem spaß ich mach nur groß damit man mich ist enttäuschung besser sieht das ist auch ganz nahe an summen der ski-rischi-rischi können sie ganz nahe an summen nein ich kann sich ein funkgerät geräusch stehen du weißt man kann wie das macht mehr arbeiten das heißt das ist ganz normal sagen können und werden liqueur jemand das sind noch ganz viele mandel stückchen da geht schon noch was aus wer fährt von euch nach hause das taxi so jetzt kriegt jeder von uns neuen karten wird also du bist noch ich weiß wie viele 19 war das ist ja nicht mehr gut nur mandel steht start mit 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sind wirklich ein bilder sport und hohen ist das klebt folgt ja wenn die hose wischen die mama wird schon waschen in dem wissen dass ich die mama wenn wir das waschen was der man mit der plan wir haben wir so schön und grün ist rumpf you said you said ich habe keinen bock mir die ganze minuspunkte zu machen ok florian ja nein philipp 3 1 florian das hast nicht fünf sagen nein ich sag 4 ok 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 dann beginnen sie doch drei gesagt wenn du da ein schuss das ist ja auch nicht aus der spiel sollst ich will tipps das sind die karten schaden sehen du hans mit die karte geschaut das ist ein gesagt ja da macht den wir machen ja aber macht nichts mit mir dabei ja ja du hast alle gesagt vielleicht schnappe ich mit ihnen ja macht doch ich habe mich mit den nächsten spaß da geht es zur sache dann kann ich nicht mithalten voran oder oder kann er doch also muss er kann nicht mithalten da hole ich mir den übernächsten den nächsten nicht ich habe hier gesagt ja ich muss das wollen ja kommt jetzt schon drei stiche ich glaube dass die karten damit nicht zurückgeben kann dass die karten nicht zurück ist egal wir spielen aber mit weniger karten das ist ein erster in dem fall dann ist dann erst dann wirklich ja dann gibt es die karten und wir sind halt im deck quasi sind ja nicht ausgespielt ja passen wenn ich noch wüsste was das war scheiße ja okay einen ok alles alles ja mich hier du bist jetzt zeig mal was du drauf hast wenn die sieben stich dass die verwirrt der wort mit 8 also wenn wir sagen muss wie vielleicht sagt drei drei das ist du brauchst noch zwei als ob ich will den nicht das heißt ja für welche du brauchst du willst du brauchst vier ich brauche zwei steigt mir noch zu kopf wie ich den was habe ich auch scheiße das alles machen soll wieder minus ich habe vielleicht kann ich würde nicht so ganz sicher der 3 4 habe ich mir sagt wie kann ich eh nie 3 heiße 4 florene da jetzt kette fast ok das heißt bis 50 michi plus und geschickt du kannst ja nicht das was hier sind floh plus du hast viel gesagt ja wir gemacht 60 60 50 für warum auch immer weil ich dieses spiel beherrschen ich habe schon gesagt bin profi mit sponsern etliche firmen zum beispiel rosa ok es gibt schon langsam der beste den es gibt ich wollte ein bisschen mehr machen wirken die nichts an die orangen da draußen meinst du die alle frauen die jetzt mit orangen hat draußen sitzen und zu sehen abo ok hat jeder seine karten hergegeben ihr seid also kandidaten 10 es ist viel ich weiß nicht wie ich das geben soll bis auf über 5 oder 222 war wasser genau ist wenn es nicht gehört finden war es war nicht okay das sind karten das sind gute karten das sind absoluten scheiß karte richtig geile karten das sind aber ich habe noch zwei ich sag 5 grüne schon wieder trug du sagst fünft und ist auch früh trumpf kacke ja vielleicht ist es gar nicht so schlecht nicht gesagt fünf also er macht die hälfte richtig flow zwei nah war man war das könnte interessant werden 4 das heißt du kannst ein oder drei sagen oder null oder alles drüber aber du hast fünf gesagt ja nicht ich habe hier gesagt ja ich sag zwei das heißt 5 4 2 4 5 2 1 2 ok ja also ich gebe mal mich einfach mal an du das schenke ich mal den ersten stich so als lecker hier dann rausgeschmissen lecker die kommt weiß an florin ihr wollt es doch bist du denn das ist schon so wie viel gesagt habe ich viel gesagt es ist alles kein stress ich gebe keine trumpf her muss ja wirklich ein herr geben einen habe ich jetzt lehne ich mich mal ein bisschen zurück und schauen was passiert das wird knapp wusste dass ich überhaupt kein gefühl mit karten auf und echt scheiße mit den sachen einschätzen als wir letztens spielt dann war es nicht so schlecht da war es ihr beide voll gut war ja letztens habe ich viel gesagt und da hat dann schon drei ich bin ich bin passiv das war dumm das war dumm habe ich bin ich glaube ich drei nicht mehr alle doch hast sie nicht mehr alle das wird echt ich mache den zweiten nicht ich mache den fünften stechen bekommen ja mir ist recht hier so recht wie das sind hier auch wenn das ist so viel gesagt hätte ich fünf gesagt es sagst du nicht mal richtig minus 10 also 50 8 wird ist ja auch fünf sagen können ich habe nicht da hätte er etwas anderes sagen dann hätte er zwei oder eins sagen ich nein das liegt einfach daran dass was du sagst das werden nein das beeinflusst mich total du kannst auch die ich würde ich würde eins sagen aber er ist erster ich habe einen blick sehen habt ihr gesehen wer kann ihr spiel nicht was mich dann fass mich nicht an ja wir sonst so habt ihr alle weihnachtsgeschenke seid ihr glücklich mit einem familien familien geht so aber weihnachtsgeschenke habe ich also bekommt bekommt man noch aus den kosten gestürzt ja schon ein bisschen dann bist du zumindest von der weihnachtsgeschenke ja ja bin ich im fluss kostet reich hat der typ geld jetzt damit du wieder hin ja also bitte auf die werbung klicken oder durchlaufen lassen wenn er kommt und nicht auf überstehen werbung in einem verein schmeißen da musst du eine gewisse minuten marken ja das zieht einfach an die länge mit einem schwarzen bildschirm erwartet genau erwartet dann hat es wird die minuten marken ist das sind die profis am werk ja 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 das war 11 karten florian ja ich war in dem jahr erstaunlich schnell irgendwie mit den geschenken normalerweise kaufe ich immer die letzten so am letzten drücker aber dieses jahr was echt sehr relaxed habt ihr schon alles ja es hat jetzt jeder neun oder das ist so ziemlich das erste mal dass ich überhaupt geschenke gekauft habe ich habe jetzt mehr als neun und ich zum zurückgeben mit 12 11 geht es dann gibt die oder eine karte zurück und wenn ich ja aussuchen nein er hat schon durchgemischt ich mich durch kraft und dann einfach die diese dann nämlich einer ja ja du auch das ist es wird sich ja nicht schauen was es ist natürlich also wir sind gut drauf sagt es tut jetzt schon wir kommen sagt es ist überraschung mal keine grünen so close kappa so close ok jetzt jetzt kann ich übelst high rollen übelst übelst high rollen 6 1 9 0 6 2 7 weißt du wenn die andere farbe trumpf gewesen wäre mir hier so fett dabei ok du es gegeben dann sagt nicht zwei ich sag sechs die wenigstens hat einer von uns sechs wird das heißt ich kann nicht reise an den vorderen wie flüssig das ist auch zwei das heißt du mich über zu viele machen weil wir bei uns haben keine guten gehabt jetzt was mich ja magst du es zu trinken kommst du hin nein komme ich nicht hin aber ich war ja nicht zum trinken von dem her passt das spiel ich habe meinen ersten stich nein ja immer den ersten jetzt keiner mehr sind alles mein games was überlasst mir dann die stiche und dann am ende haue ich euch den hund rein es ist aber doof da draußen sind zwei katzen wir sollten umschalten verdammt regie regie ist er hatte ihre likörer heute schon ist der regie mann weinheitszeit da muss man gut drauf sein habt ihr schon mal echt bescheuerte geschenke bekommen die sechs oder neun das kannst du aussuchen das könnte ich kenne es ist nur sechs kannst du was dazu die schaut naja also nichts wo du sagst das war total erhaltens übliche socken oder sonst wirklich klar ich habe noch nie sagen unterwäsche ist oder der running gag als kind war das irgendwie immer so das schlimmste überhaupt wenn man so dass beim alten wackel in die hand genommen hat und man hat merkt dass ich weich das ist was zum anziehen finde ich das was das war es geht dass das war echt das schlimmste immer noch nicht so schön hat sie immer wieder spiele kriegt so zum zocken weil ich habe eigentlich was ja ja nie was die meisten aber mehr zum nikolaus als zu weihnachten selber nikolaus das ist der spieler bringe das spieler bringe das meistens immer das neuste mit der spieler bringe das spieler bräuchte ich bin es meistens unangeboten jetzt muss ich mal langsam aufhören meine einmal nur weiter so passt wenn du so spiel willst dann schmutzig das wollte ich andere karten hier aus ich habe ich aber keinen bock mehr und jetzt willst du was ich nicht natürlich was ist eigentlich dein problem viel das sollte für drama flog wie du willst du noch nicht ich habe will ich hallo hast noch viel karte da hat oder fünf er sieht farb zwar drüber komme ich nicht und sauberer habe ich vielleicht kann das ist jetzt auch was du hast wie machst du sechs stich der baston wie machst du ein stich so beim siehst du noch fragen hat der von euch noch zauberer ne du ja zwei ja ja das heißt ja meine sechs stiche okay mich hier bloß 80 ergibt nur sehr schön da bist du also nicht positiv also ich wüsste nichts wie das war mir ist es okay möglicher bloß 40 also 80 schläuft für die wir sind wir trotzdem relativ knapp zu haben jetzt 40 80 und 0 das ist nichts die auch noch ich komme aus dem nichts ist dass ich habe die servieter verrückt ist aber der stück die stück wir haben ja gerade echt vorhin ziemlich probleme kapitel das ganze hier lösen kann ich überhaupt nicht bis im ersten stunde gedauert in einem schluck grüße gehen an die euro es macht die sponsor hat auch zu lachen ich habe sonst nichts nach wichtig wie läuft weihnachten bei euch ab also der 24 was macht sie da schenke auspacken also aufstehen nein ich muss mich jetzt konzentrieren was sie nicht jetzt ist danach okay reden wir haben wir also wie lange es wird bei euch ziemlich alles aber ja die wir werden zuerst den christbaum schmücken und aufbauen dann werden wir den tisch stecken stimmt was war ja der christbaum schmücken tun wir schon in der früh wenn man nicht wir sind die mama die mama so und der klarki stecken tun wir dann helfe ich schon auch und am namen da gehen wir mal spazieren oder in die kirche kommt doch an jeder sogar ich genieße ich genieße weil vorletztes jahr weil ich alleine dann reingehen würde wieder zu staubsaugen wahrscheinlich und ja dann gibt es am abend bescherung dann wird geschenke ausgepackt dann wird gegessen es gibt von du immer und ja dann schreckt man trinkt man redet man zerstreitet sich geht ins bett und heute typische weihnachten eigentlich das ist alles von dir wirklich bei euch immer so ja es wurde einmal versucht was anderes zu machen als von türen das ist gar nicht gut angekommen das hat dann der verstoß an der bruder wir hatten den dritten bruder hey leute wir können doch tofu mit ich war gar nicht der jüngste blöde okay was das jüngste längste überleben dass du da haben wird gesehen so du bist dran das schaffe ich nicht zusammen kann ich den bein hochlegen flora sagst du ich sage ich gehe jetzt das gibt es nicht doch es ist immer blau das ist mal gut das nicht grün ist ich muss noch mal abreden ich sag 4 4 4 4 ich sag 6 ich glaube jetzt nicht 2 2 bis 12 zwischen 1 und 3 3 6 5 vom wort irgendwer mit der übelst einfach 4 5 und also drei stich zu viel sind jetzt nicht zu viel 6 6 4 und 5 hat das wird ordentlich krachen jetzt gegen banger also ich bin bei die geschichte müssen wir noch erzählen weil nein die müssen wir nicht erzählen doch die einzig das geht weiter es geht weiter regiert umgeschalten müssen die geschichte zu müssen die geschichte haben ich habe im flot telefoniert wegen dem ganzen video heute und dann haben wir darüber geredet dass wir vielleicht gang bist spielen das wird dann im silvester special kommen und der floh ja und wenn das mit den karten nichts nichts wird dann dann machen wir einfach gangbang das passt und hat das in dem moment ich habe ich nicht ganz so gecheckt also heute für euch war noch gangbang wenn ich heute kanal also stimmt heute nehmen wir es auf heute ist weihnachten kann nichts dafür da geht es zu weihnachten zu silvester es knallt ja es knallt gleich es ist ja ein zauberer farbzwang ja so tust du das mit zwei das ist der dem most wasted zauberer auf all times na glaube ich nicht das ist nur eins ok ich hätte jetzt kritisch wie ich wollte ich wollte ich den macht sie kaum nicht mich gekommen ich traue traut ihr das vor zu ok mich hier drüber was mit dem rechten ja nein das ist sehr gut gut dass ich habe freut mich jetzt verfolge ich meinen plan ich muss noch viel machen und ich muss auch noch viel machen habt ihr noch viele trump mächtig viele man muss zwar bei trumpfen kann man nicht mehr machen habe ich nicht ja da musst du ja dann muss oder irgendetwas anderes oder zauberer oder nieder oder na genau das oder ausziehen jetzt muss er denken das kann sie nur um stunden haben aber kleiner philip die folgenden senden heute gerade am 10-rad oder versatility sauer madam das finde ich ohne langer ist sozusagen muss noch viel gemacht das richtig muss noch drei mal augen 3 okay mich sticht jetzt wird scheiße okay mich also vier macht mal nicht okay also das zauber okay das habe ich blöd gemacht ja ja aber zu spät es liegt das biegt ich mache schon wieder zu viel das gibt es nicht ich habe gesagt ich bin profi heute ich glaube ich habe 60 plus also das 100 punkte floh führt wieder ach du kacke ich struggle bin ich dran weiß ich nicht ja also insgesamt gibt es 20 runden wir machen wir nehmen schon eine stunde auf was ich glaube das zweite spiel das werden wir uns eher schenken würde also nicht schenken das war teuer das war so mit der anderen augen doch es geht wo geht er mich hin kurz lüften okay perfekt frische luft das ist gut es ist jetzt alles spontan aufstehen dann mal als wäre das der grund da hatte sie ist einfach schlecht minus 40 punkte ja leute wie verbringt ihr weihnachten also dass ich mal karpfen ok ich wollte nicht von füße ok 13 13 ich habe von ich komme schon wieder das ist echt war mir in dem zimmer ständig schon langsam wird es echt schwierig mit meinen kleinen mädchen händen diese karte so heißen für ein flusser musste nein nein was da was habe ich mir das ausgerollt du willst nur die karten schauen jetzt habe ich das durchschaut herzlich aber es ist auf jeden fall am karten spiellos man empfehlen kann ja ja also wir können sie auch einfach karten ansonsten wenn es zu lange geht müssen alle 15 runden alle 20 runden doch ich glaube die leute werden einfach wegschalten oder sondern vor spuren wie auch immer mit dem ich die rekorde ganz old school also das passt dann schon okay was ist drum schlecht ich kann karten wollten was sieht ich was nicht mich ja und julius hatte ich komme wieder näher an ich habe es war gut so ich habe mich da nur so eingehalten alles klar sagen mich halt zur seite das ist besser hallo löne hallo du fängst an mich als 13 karten sind im spiel also und hier und einsatz das ändert alles und fragt sich warum er aber aber das sauerstoffe für sie noch keine gedanken immer ja das schon 53 das wollte ich sagen ich darf nicht fünf sagen ok wollte ich hier nicht sehr schön ich danke danke mich ist der beste mich auch mich wie wir das nicht sagen fünf ich sag vier flotus dreieck sagt ja jetzt geht mich jörg fünfte bis schon wieder so ein high roll mit dem muss ich über die minuspunkte zusammensammeln von nix kann du hast eins gespielt oder doch voll siehst du doch was war da jetzt die überlegung ob du zauberer spielst vielleicht vielleicht ob ich den stich einfach nicht machen ja oder welche karte er hinwirft noch nicht den zehn oder den elfer das änderte mich viel ja schaue nicht so lange zwölf ist höher als die affenmannschaft wird drei gesagt nicht wenn irgendwelche spiele empfehlungen habt könnt ihr jetzt gerne dazu kommentieren ich habe überlegt und noch gesucht ob sie was fußballmäßiges gibt aber es hat nicht wirklich was kommen es gibt so monopoli von vereinen muss ich sehen dass wir irgendwie auch ganz lustig aber wir kommen sie nicht mehr sollte die spieler kommt nicht mehr alles auf den nimmt er sich ja nicht mehr so ja das ist ja der trump der hat rum den kannst du mir das ist schön den gönn ich dir das habe ich nicht müssen geschlossen oha sehr peinlich gewesen dass du mit dem gerechnet man doch hat den zauberer der rechnen mit einem der kann dann nicht rechnen als jetzt aber er kann saubern aber auch rechnen ist ist jetzt kein trug richtig ich darf nur bei einem stich wegen ganz ich war ja das ist tricky die zwölf rot florian rot die nachfolgenden sender ich muss immer diesen hinweis einblenden für das ist lustig schachmatt du wolle war das klatschen und runter versteckt den willi dann gibt es versteckt dann will ich aber jetzt was dagegen das habe ich ja du musst langsam ich muss auch dass ich keine mehr macht deswegen nämlich heute mit dem so ist ich bin langsam ziemlich hofften senken hat mir das was man einstecken ich will nur eine das sind mini trump da ich dachte ich hätte die kleinsten ich habe die gesagt nicht den will ich ohne miller und den bitte nicht den will ich ja dann kriegst du vier das heißt plus 60 das heißt 130 michel plus 50 knapp plötzlich bis 70 plus 70 weil ich habe fünf stiche das 30 floh ja so ist es ja wir finden jetzt gerade 130 habe ich dann der floh mit 90 dann nämlich mit 30 wer gibt du mich jetzt gut gehen und dann das wollte ich verzeihen du hast du auch selber wird ja ich habe dich aber jetzt verletzt ja ja das waren 13 karten ok stimmt dass du mich so erst nicht diese frische luft ich rieche andere dinge also der zwischenstand bitte dann hat er gesagt hier habe ich nicht hier eingeblendet ich will noch immer was sagt nein 130 zu 90 zu 30 ja läuft ja wenn das nicht gewinnt weil uns das geladen wir sind auch ganz weihnachtlich angezogen hat ja ich habe mal wieder meine maps der floh hat seinen weihnachtspulli miche kraftklub und das passt schon so macht schon wieder werbung macht ständig wer für kraftklub ist es cool kraftklub das ist cool aber es ist also interessiert wieder kein wie viel kriegt jeder 42 es ist echt viel weichen das alles klar es läuft bei mir sehr schön was ist wenn man das ende auf die seite gedreht ist eigentlich ich was mir erst an wenn ich weiß was trumpf ist damit du nicht enttäuscht bist ja das war ja vorher schon gedanken du machst dir gedanken ich weiß es zwar noch immer nicht da recht nicht aussuchen miche darf sich aussuchen welche trumpfe so sollte sie nicht zuerst die karte hat ohne karten anscheinend ich mit karten schon für die vertrauen welt liebst du ich weiß welche farbe du nicht nimmst ja von der ich am wenigsten das weiß ich welche war das ist oder die du gar nicht hast und sagst 0 das wäre das das haupt das habe ich probiert bin voll eingefahren ich glaube ich weiß welche farbe du sagst ich habe ich auch ganz an weiß ich welche farbe du jetzt nicht meinst weil davon habe ich alles was ich nehmt gelb der wusste es ein nur ja das ist echt kacke du fängst an von also ja hast schon sagen florian noch drei ich sag auch drei miche du darfst nicht elf sagen natürlich verrechnet 8 12 ich sag 6 6 es ist immer so haben wir schon jedes mal mit 6 ok ok das ist schon so intens dass man nicht mal weiß was man richtig angepickt die zwei das recht nötig das war ein geld was du gesagt nicht gelb gesagt hat glückst mich aber an das ist keine gelb poker face auf der farben blind oder einfach nur ein bisschen was von beidem ja ich bin echt für so viele karten sollten es gab sich das ist eine erste letzte runde wird bei 20 schwierig halte ich gar keine karten damit hast du natürlich gerechnet du bist natürlich zauberer wie du das vorhin erwähnt hast ja die können wir rechnen ja jetzt lachte nicht mehr ja wer lacht jetzt für michi haha haha ja passt so vielleicht ein bisschen knappe messen das trump war ja das ist das das war das wir haben wir spielen oder der harry potter da haben sie da wollte da 1 voll spannend in der letzten sekunde ich bin ja das ist ja das hätte ich sonst vielleicht das exakt ist knapp gemessen ich entziehe mich dieser stimme ich habe mich nicht gerechnet kommen michi zauberer die nimmst du wieder okay ich bin dann mal fertig scheiße ich bin mal raus danke es kann ich finde irgendjemand eskaliert das ist nicht schlecht keine frage ich darf nur ein stich machen kannst du kannst du dann verstehe ich wahrscheinlich den darauffolgenden das ist eine gute runde 20 für mich 50 plus machen wir machen wir das jetzt letzte runde mit 15 karten eigentlich bis 20 machen wir jetzt ja was es ist eigentlich schon ich bin schon ein raum das ist ich habe dann auch schon mal genug du bist doch nur gewinnen und ja also dafür quasi ohne mehr oder weniger der floh hat noch chancen der mich ist dabei dann wird gegangen denkt wir haben heute diskutiert aber wie viele personen ist das gangbang vielleicht mal so eine frage in die runde wieso jetzt ist eine vierer oder nein vierer gibt es nicht das gibt es nicht vier durch die vierzeigen nein nein jetzt wenn wir jetzt in der zwiebeln anders gedacht soll ich google das jetzt nein bitte nicht der kasse ab wann eigentlich hätte ich gehen müssen aber es ist okay dann habe ich gegeben dann sage ich jetzt einfach hast du jetzt 15 schaut schon noch so viel aus gruppen sex ist eine sexualpraktik an der mehr als zwei personen beteiligt sind gruppen sex aber gangbang das ist ja das gleiche ja was das ist ja drei jahre das ist jetzt was ich sage was ist ein neuer was ist dann drei mit drei leuten ah und warum ist das kein gangbang ist ja auch da macht die bezeichnung der unterhose nach unter oder macht er zur bezeichnung drei erkennt sind es ist schon ein gangbang es ist weiner das ist ein müssen uns jetzt küsst mich ja genau küsst doch ich will die kamera scheiße ach du scheiße da sah ich jetzt ab sagen wir gewinnen ist jetzt am meisten stiche macht also wer richtig liegt nein ich bin trotzdem ist der der die punkte anfühlt bin ich trotzdem das kenne jetzt was ist ein rot das war okay okay das mache ich das regel ich muss mir irgendwie versuchen meine karten zu sortieren ich habe schon echt glücklich zu finden muss beginnen ich sag 4 ich kann noch nicht so ganz sag jetzt man kann nicht so weit zählen ich sag mal aber ich darf nicht weil du mich über sein ich sag 8 das ist wirklich aufschreiben das ist wirklich aufschreiben ich darf mir sagen wir da rappelt im karton dann passt das soll ich dann ausspielen oder wenn ich dich gegeben habe kann meine karten nicht mehr halten hast du damit gerechnet gehofft ich muss mal durchschauen ja jetzt wo ich alle karten halten kann ich versuche einfach die ersten viel zu machen und dann ziehe ich mich zurück das aber reichen weil ich so groß geredet habe großkotz niemand macht so ein bisschen das weit hinten was ist doch nur ein stich machen wir bin schon wieder so weit hinten ich habe noch einen stich machen und wenn ich den jetzt bei deinen bar und drauf hier schön es freut mich als wir das wochen in den filzmoos waren hatten wir das gehabt dass viele einander in salzburg du bist das bahnhause nicht mit mir der ist mir zu einfach ich habe noch ein grüner 3 ich habe noch viele gab es ganz gerne dafür haben den will ich jetzt nicht das hätte ich anders machen müssen grüner 3 ich habe es gesagt ich habe ich gesagt acht ich bin ich bin schon drüber ich habe das umgeschickt mal ich auch kann ich könnte ich könnte es nicht mal ich habe zwar die zauberer zauberer ich bin jetzt schon runter gespielen ich war der sechste stich sehr schön alles klar ich geht ja ich hätte mir echt nicht gedacht dass die karten so gut hast du hast du hast ich habe meine vier stich das heißt ich habe minus 20 30 du beendest das spiel im minus du hast 60 los florian bei nein doch nicht zu lösen bis zweiter mit 160 140 knapp nicht ich mache dass du dabei war war aber echt beeindruckend wie viel punkt da hat er nur so zu minus 10 ab doch also ja wenn er nicht mit gespielt hätte wäre es auch das stimmt das merken wir uns das nächste mal ja wir können nur sagen frohe weihnachten euch vielen dank fürs einschalten ich hoffe ihr habt zumindest die ersten minuten lustig gefunden die ersten reden und es gibt uns schon einen zweiten balken die kommen davon ziehen eine stunde 22 ja was aber tut es nicht schau dir die sekunde an ja frohe weihnachten an euch wir sehen uns dann eh noch am kanal und wie gesagt könnt ihr gern kommentieren wie ihr weihnachten verbringt wir werden es nicht so verbringen weil da keiner große freude hat dran naja frohe weihnachten bis dann lauter